Hallo, mein Name ist Marcio Gerhard und ich bin Deutschlehrer. Ich habe Deutsch und Portugiesisch studiert und seit Januar 2007 arbeite ich als Deutschlehrer. Ich komme und wohne hier in Brasilien. Ich unterrichte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wenn du mehr erfahren möchtest oder wenn du mich kennenlernen willst, dann schick mir eine E-Mail oder eine Nachricht auf WhatsApp. Meine Preise sind in Reais. Auf Wiedersehen!